Hallo zusammen, herzlich willkommen bei einem neuen Video-Tutorial von Kirchendigital. In dieser Reihe geht es darum, wie eure Angebote online besser gefunden werden. In der analogen Welt kann man sich ja einfach an den Kirchtürmen im Ort orientieren. Im Internet ist das schwieriger, gut auffindbar zu sein. Die EKD, die Evangelische Kirche Deutschlands, hat dazu ein Projekt mit dem Dienstleister JEXT gestartet, das passenderweise Digitale Kirchtürme heißt. Viele evangelische Landeskirchen beteiligen sich an diesem Projekt. Das sind zum Beispiel die Kirche in Hessen und Nassau, im Rheinland, die Lippische Landeskirche, die Westfälische Kirche, die Oldenburger Kirche und die Württembergische Kirche. Wenn eure Gemeinde oder Einrichtung in einer dieser Landeskirchen liegt, dann habt ihr vielleicht einen eigenen Zugang zum JEXT-Portal oder einen Google My Business Account. Damit könnt ihr dann eure Daten bearbeiten und optimieren. Wenn ihr noch nicht dabei seid, lohnt es sich trotzdem, dass ihr die Videos anschaut. Wenn ihr auch gerne diese Möglichkeiten nutzen möchtet, die digitale Kirchtürme euch bieten, dann empfehlen wir euch, dass ihr die Öffentlichkeits- oder Internetbeauftragten eurer Landeskirche kontaktiert. Vielleicht gibt es ja auch dort eine Möglichkeit, dass eure Gemeinde oder eure Einrichtung auch mit eingebunden wird. Ja, und damit übergebe ich jetzt an Carsten Fink, der euch jetzt zeigt, wie ihr mit der Datenplattform von JEXT arbeiten könnt. Hallo auch von mir. Ich freue mich darauf, euch in den folgenden Minuten zu zeigen, wie ihr digitale Kirchtürme in JEXT bauen könnt. Um euch mal zu zeigen, wie ein gut gepflegter Online-Eintrag einer Kirchengemeinde aussehen kann, suche ich jetzt mal mit euch als Beispiel die Lutherkirche Wiesbaden. Hier auf Google sehe ich, dass es eine evangelische Kirche ist. Das hilft zum Beispiel Sprachassistenten wie Alexa bei der Ausgabe von Antworten. Ich sehe ansprechende Fotos von außen und innen, und auf der Landkarte ist ein PIN, der anzeigt, wo genau sich die Kirche befindet. So kann ich direkt zu Google Maps gehen und mir anzeigen lassen, wie ich mit verschiedenen Verkehrsmitteln am besten hinkomme. Außerdem finde ich einen Link zur Website, die Adresse und Telefonnummer. Verschiedene Informationen zur Kirche, eine Beschreibung, gegebenenfalls auch Ankündigungen der nächsten Veranstaltungen. Es gibt Nutzerrezensionen und Links zu den Social-Media-Kanälen der Gemeinde. Und obwohl das hier ein richtig gut gepflegter Eintrag ist, kann man auch hier noch weiter optimieren. Die Öffnungszeiten eintragen, die Fragen beantworten oder Rezensionen kommentieren. Und man könnte auch ein Logo integrieren. Schauen wir uns noch mal ein anderes Beispiel an. Die Auferstehungskirche Hamburg-Lohbrücke. Die haben ein Logo angegeben und die Öffnungszeiten. Dafür fehlen ganz unten die Social-Media-Kanäle. Ihr seht, nobody's perfect. Aber es lohnt sich anzufangen, denn mit euren optimierten Daten in der JEX-Datenbank erreicht ihr nicht nur eine bessere Ausspielung auf Google, sondern auch in ganz vielen anderen Plattformen. Zum Beispiel Amazon Alexa, Apple, Bing, Foursquare oder auch die gelben Seiten und viele mehr. Insgesamt erreicht ihr mit euren Dateneintrag rund 40 Ausspielplattformen. Darunter sind auch einige Navigationssysteme, die man sonst gar nicht erreichen und mit seinen Daten füttern kann. Übrigens sollte sich eure Landeskirche entscheiden, irgendwann aus dem Programm Digitale Kirchtürme wieder auszusteigen, bleiben alle Daten aktiv und werden zumindest auf Google auch weiterhin ausgespielt. Wie das Ganze von innen aussieht, wie ihr die Daten eures digitalen Kirchturms pflegen könnt, das seht ihr im nächsten Video. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.